Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 2. Ja, wir haben jetzt den ersten Schritt unseres Unkrautvernichters zusammen gemixt. Jetzt müssen wir im nächsten Schritt dieses Kühlen gehen. So, dazu müssen wir hier an unsere Pflanzenkumpel vorbei. So, so. Zack, zack, haben wir geschafft, perfekt. So, dalle. Genau, hier haben wir alles gecleant, das passt. Ich gehe jetzt mal einen anderen Weg. So, und ich werde auch mal in der Zwischenzeit nochmal speichern, weil ich habe jetzt die ganze Zeit nicht gespeichert. Die Messer lasse ich mal so lange drin, den können wir nochmal kurz verstauen. Wir haben ja hier, ja, 22 Schuss dabei. Ach, will ich den doof. So, so, so. So, perfekt. Da sehen wir, was wir dabei haben. Und jetzt brauchen wir noch das Farbband. Obst, hat es wieder alle wieder mitgenommen? War nicht so schlimm. Zack, zack. Das 22. Mal. Kriegen wir alles hin. So, also, das Rätsel in der letzten Folge, das war, ähm, ich mag solche Rätsel, aber manchmal steht man echt voll auf dem Schlauch. Ja, aber wir haben es hingekriegt, das passt. So, was ist da, der Uhr? Ist mir noch nie aufgefallen. Was steht da? Ach, irgendwas mit 98. So. Düsen wir hier wieder runter. Weil das müsste der kürzeste Weg sein zu dieser Kühlkammer, zu diesem Labor. Müssen wir nur aufpassen auf die Licker, die unten warten. Das sind zwei Stück an der Zahl. So. Perfekt. Da hängt einer. Sehr gut. Die entspannt auch noch am Boden. Sehr gut. So. Jetzt hat man sich schon auf den ersten Slot gepackt, damit man es gleich nehmen kann. So. Kühlvorgang, der durchgefüllt. Kühlvorgang abgeschlossen. Ja, wunderbar. Hier ist somit auch alles blau. Haben wir nichts mehr vergessen. Und dann raus. Und dann vernichten wir die Pflanzen. Ich hoffe, die kann man alle vernichten. Auch die Kumpels, die da rumstehen. Hier. So. Ähm, hier muss ich fangen. Viele Wege führen nach Rom. Aber du führst zu mir. So. Und Action. Ich hoffe, das nimmt auch gleich die ganzen anderen Eves mit. Das wäre cool. Lösung wird zerstört. So viel zum Thema Unkrautbefall. So hat sie erwischt. Die haben wir gerade so rumgezappelt. Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstört. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und sie müssen sich etwa in Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Oh, shit! Ja, komm schon. Oh nein, 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 nein. Messer, 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 Messer. Jawohl. Und weg, und weg, und weg, und weg. Oh, das war richtig schlecht. Und raus, 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 schnell. Ah, da ist noch einer. Hast du gesehen? Da war einer. Boah, wie ist der denn da hingekommen? Hing der da oben an der Decke noch irgendwo? Oh, Wahnsinn. Huh. So, jetzt. Warte, hier noch schnell hin. Ja, ohne diesen Mr. X ist das hier auch ziemlich entspannt. Oh, William Birkin wieder mal, ja. Ah, das hat man auch schon, genau. Ah, speichern, speichern, speichern. Warten wir mal drüben auf der anderen Seite. Ah, perfekt. Wir sind so gut. So, dann gehen wir mal in den Westbereich. Ich muss schnell das Antrieb. Alles mitnehmen, was nur geht. Da liegt nichts mehr. Aber hier haben wir noch was. Um den Strom zu aktivieren, müssen wir noch einmal ein bisschen was abändern. Perfekt. So, dann gehen wir noch mal die Kassette, die gucken wir uns auch gleich. Ah, wir gehen erst mal hier an den Laptop, meine ich, oder an den Computer. So, dann schauen wir doch mal rein in das erste Video. Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Oh Gott! Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn Leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch! Kein Kommentar. Nichts, gar nichts. Okay. So, dann können wir das auch mal ein bisschen entsorgen. Okay. Liegt da sonst noch was rum? So, dann gehen wir mal rüber in den Bereich der Proben. Und dann holen wir das Gegenmittel von, oder für Sherry. Sherry, Sherry, Lady. So. Oh, sehr gut. Pulver. Nehme ich gerne mit. Noch einmal ein Farbband. Sehr gut. Schön, dass hier noch ein rotes Kraut ist. Nehme ich mit. Das kombiniere ich gleich mal. Fünf nochmal ist sehr geil. So. Hier ist nochmal so ein Computer. Das kennen wir auch schon von Lyons Park. So. Oh, sieh mal an. Okay. So einfach. Oh, ja. Hab dich. Gott sei Dank. Das Antivirus. Ich muss zurück zu Sherry. So, jetzt müssen wir uns mal kurz vorbereiten, weil jetzt kommt wieder der nächste Kampf. Warte mal, ich hab null Heilung. Das ist ja fix. So. So, nicht weg. Die Messer behalte ich mal. Genau wie die Granate. Warte. So. Ich muss mich noch ein bisschen vorbereiten. Kleinen Moment bitte. Genau. Den brauchen wir. Habe ich schon wieder so viel Flamme verbraucht? Die machen wir mal als erstes weg. Säure. So. 25 Schuss. Das muss ja wohl lang, oder? Plus die zwei. Also ganz ehrlich, da falle ich vom Glauben ab. Weil alles andere, es sieht ein bisschen nicht so toll aus. Hm. Gut. Dann laden wir nach. Und speichern. So, dann schauen wir doch mal. Oh Mann, mit null Gesundheit. Du arschst schon wieder. William! Das endet jetzt. Was ist dieses Ding? Das war mal mein Mann. Das war mal. Das war nicht so. Das war nicht so. Das war nicht so. So, ich konnt's nicht. Er war ihr Ehemann. Ehrlich gesagt stand unsere Arbeit immer an erster Stelle. Was ist mit Sherry? Wie konnten sie sie alleine lassen, während Raccoon City zur Hölle ging? Ich wollte nicht, dass meine Tochter in einer Welt mit dem G-Virus aufwächst. Ja, aber das ist nicht sie! Ich mach das! Tut mir leid, William. Nein! Ich mach das! Kümmern Sie sich um Sherry! Du weißt nicht, womit du es zu tun hast! Ich hab eine verdammt gute Ahnung! Was du auch tust, hör nicht auf, bis es vorbei ist! Hör nicht zu! Das ist ein Ende zu jetzt! Nein! Ach du Scheiße, das geht schon wieder so gut los wie bei Will Leon. Also müssen wir wieder auf den B у Aber das sieht nicht gut aus. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach, komm. Das war doch jetzt unfair. Das ist doch blöd. Okay, meine Freunde, ob wir dieses Vieh auch mal wieder besiegen können, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Lasst ein paar Kommentare und einen Daumen hoch, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns wieder morgen bei Resident Evil 2. Macht's es gut, ich bin erstmal raus. Ciao. Ciao. Ciao.